Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist unter Druck. In vielen Bereichen läuft er der globalen Konkurrenz hinterher. Ganz klar, die Energiepreise sind zu hoch, die Infrastruktur bröckelt vor sich hin und auch das Bildungsniveau geht immer weiter nach unten. Regulierung und Bürokratisierung sind noch weitere Themen, die oft als störend empfunden werden. Steht Deutschland also vor einer Phase der Deindustrialisierung und damit vor einer anhaltenden Schwäche? Das wollen wir in Hamburg besprechen, am Rande einer Veranstaltung mit Jörg Wichmann, er ist Geschäftsführer des EZOA Aktienclub. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Wichmann. Das Ganze, was ich eingangs schildere, lässt sich auch sehr eindrucksvoll in einer aktuellen Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung nachlesen. Da heißt es, wir stehen so schlechter wie noch nie seit der erstmaligen Erhebung der ZEW-Studie, nämlich auf Platz 18 von 21 Ländern. Was läuft denn aus Ihrer Sicht in erster Linie in diesem Lande schief? Ja, vorab danke für die Einladung zum Gespräch. Im Prinzip haben Sie es im Teaser schon angesprochen. Das, was in der Studie besonders angesprochen worden ist, was schlecht läuft in Deutschland, das Thema Energie. Wie sollte es anders sein nach dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben, durch den Ukraine-Krieg verursacht Gasprobleme und so weiter. Also Energiestandort Deutschland ist schon mal schlecht aktuell für die Industrie. Dann haben wir das Thema Steuern. Wir gehören weltweit zu einem der unattraktivsten Steuerstandorte. Das betrifft nicht nur den Einkommensverdiener, sondern eben auch die Unternehmen. Und dann das Thema Regulierung. Allerdings ließe sich, glaube ich, die Liste noch um einiges fortführen. Denn ein Land wie Deutschland, was ja seit jeher ohne Rohstoffe auskommen muss, hat als wichtigstes Kapital seine Köpfe. Also das Thema Bildung. Und da hakt es auch an allen Ecken und Enden. Thema PISA-Studie ist bekannt. Aber auch im Bereich der digitalen Bildung sind wir vor Argentinien vorletzter weltweit beim Thema digitale Bildung. Und das ist natürlich alles ein bisschen kritisch zu sehen für Unternehmen, die hier dann den Standort wählen sollen. Und da gibt es in der Folge nicht wenige, die davon sprechen, dass Deutschland in der Tat vor einer Phase der Deindustrialisierung steht. Erste Unternehmen zeigen auch, dass sie liebäugeln zumindest mit einem Weggang aus Deutschland. Glauben Sie, dass Deutschland genau dieses Szenario droht? Ja, das ist eigentlich fast keine Glaubensfrage mehr. Denn wir können es ja schon messen. Wir sind ja schon in diesen Trend eingestiegen. Allerdings verläuft das viel langsamer, als vielleicht die Schlagzeilen Glauben machen wollen. Weil es geht ja nicht darum, ob ein Unternehmen wie BASF seinen großen Chemiestandort nun nach Amerika verlegt. Das werden Sie nicht tun. Dafür sind die Fabriken hier immobil und sind natürlich bestehende Wert. Es geht vielmehr um die Frage, wo investieren Unternehmen Zukunftsinvestitionen? Also Geld, was neu reinkommt. Und das wird eben zurzeit nicht mehr in Deutschland investiert. Die Autobauer machen dann im Zweifel noch ein Werk in China oder in den USA auf, wo die Standortbedingungen deutlich besser sind. Und wenn man sich das anguckt, natürlich versucht die Regierung dagegen zu arbeiten. Aber ein unattraktiver Standort, der kann dann letztendlich nur durch Subventionen attraktiver gehalten werden. Wir haben jetzt gerade das Beispiel Intel mit den knapp 10 Milliarden an Zuschüssen. Und da kommt man aber dann vom einen Problem ins nächste. Wettbewerbsverzerrung sei da nur ein Stichwort, weil 10 Milliarden, das ist natürlich ein Haufen Geld. Da könnte man auch eine ganze Menge lokale Industrie mit fördern oder einfach die Steuern senken. Das wäre wahrscheinlich das marktwirtschaftlich Sinnvollste in dieser Richtung, um den Standortbedingungen zu verbessern. Also halten wir fest, es läuft eine ganze Menge schief. Es läuft eine ganze Menge in die falsche Richtung. Es gibt genügend zu kritisieren hier in Deutschland und trotzdem reibt man sich verwundert die Augen. Denn der Deutsche Leitindex, der DAX, hat jüngster neues Allzeithoch erreicht. Wie passt das zusammen? Ja, und das hat er auch zu Recht erreicht. Denn letztendlich haben auch die Unternehmensumsätze und die Unternehmensdividenden, die ja für die Aktionäre das Entscheidende sind, weil es in ihre Taschen fließt, Rekordniveaus erreicht. Trotz dieser schlechten oder sich verschlechternden Standortbedingungen. Und der Grund dafür ist einfach, dass die deutsche Wirtschaft und gerade die im DAX vertretenen deutschen Weltmarktführer oder globalen Konzerne eben nicht zu verwechseln sind mit dem Standortdeutschland. Dann, was die Unternehmen tun, ist, wenn die Standortbedingungen lokal sich verschlechtern, dann investieren sie halt im Ausland und verdienen da ihr Geld. Und unter den 40 DAX-Konzernen werden mittlerweile rund ein Drittel knapp der Gesamtumsätze allein in den USA gemacht. Und da sind die Standortbedingungen bekanntlich deutlich besser. Und die Frage muss natürlich kommen, was dann die Unternehmen, wenn sie denn so gut an der Börse notiert sind, wenn die Bewertungsniveaus sind, dass sogar noch Neukäufe anstehen, was die dann richtig machen? Um mal in die Details zu gehen, Herr Wichmar, was ist das? Ja, die machen genau das richtig, was ich schon angesprochen habe. Die gehen dann ins Ausland, wenn die Standortbedingungen lokal sich verschlechtern. Schönes Beispiel, die Zahl der in Deutschland produzierten Kfz. Denn wir sind ja Automobilstandort und 2018 haben wir knapp 6 Millionen Einheiten produziert. Hier, ich glaube, es waren 5,8. Und mittlerweile sind wir auf 3,5 Millionen Einheiten runter, die hier in Deutschland produziert werden. Das heißt ja aber nicht, dass insgesamt weltweit weniger Autos produziert werden. Sie werden halt nur nicht mehr hier produziert. Fachkräftemangel, zu hohe Steuern, Energiekosten, all diese Themen spielen natürlich auch in der Automobilindustrie, aber in vielen anderen Branchen auch mit rein. Und die Unternehmen gehen dann dahin, wo die Standortbedingungen besser sind. Und das ist genau, was sie richtig machen halt. Auf Sicht der Aktionäre, muss man sagen. In der Tat und verbessern somit ihre Margen und damit auch die Aussichten auf weiter ordentliche Kursentwicklungen. Wie stellen Sie Ihr Portfolio, Herr Wichmann, vor diesem Hintergrund auf? Ja, wir im ITZO-Axien-Club investieren seit mittlerweile 25 Jahren global. Wir haben also dieses Jahr tatsächlich ein Vierteljahrhundert-Jubiläum und haben an der Investmentstrategie nichts geändert. Wir sind also seit jeher nicht auf den deutschen Markt konzentriert. Aber vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas muss ich auch betonen, wir machen keinen Bogen um den deutschen Markt, sondern wir sind in Mercedes investiert, Dividendenkönig im DAX oder in der Porsche AG. Wir sind in BMW, in BASF und Bayer. Also wir haben deutsche Unternehmen dabei und keine Bauchschmerzen, weil wir haben es angesprochen, die notieren im Schnitt im DAX-Index auf Rekordniveau. Wir halten allerdings eine globale Streuung dennoch für notwendig, auch aus Sicht eines deutschen Anlegers, weil man will ja nicht nur in einigen Branchen investiert sein, sondern man will a, breiter aufgestellt sein, wenn man beispielsweise im Bereich KI oder Technologie investiert sein will, dann findet man in Deutschland wenig. Da muss man schon in die USA gehen und hat eine Apple, eine Microsoft mit Chat-GPT-Fantasie oder eine Meta oder eine Alphabet. Also da kommen wir einfach an den USA nicht vorbei. Und letztendlich findet die Weltwirtschaft nur zu einem geringen Teil in Deutschland statt. Und ebenso wie wir im Supermarkt ja auch nicht entscheiden, welches sind die deutschen Produkte und welche sind es nicht, sondern zur Coca-Cola greifen, als wäre es selbstverständlich. So investieren wir im It's All in Club dann auch entsprechend global. Denn da, wo wir als Konsumenten unser Geld lassen, beispielsweise Supermarkt, an der Kasse Coca-Cola, da fließt das Geld hinten natürlich auch wieder rum in die Taschen zurück, wenn sie Coca-Cola-Aktionär sind, wie wir im IAC das halt machen. Und da sind Sie auch sehr erfolgreich unterwegs, wie Sie es geschildert haben, in den letzten 25 Jahren. Und dieser Erfolg bleibt auch unabhängigen Beobachtern nicht verborgen. So ist ein Kollege von Ihnen vom Euro-Finanzen-Verlag jüngst zum Finanzberater des Jahres 2023 gekürt worden. Damit auch natürlich indirekt eine Auszeichnung für Ihr Team und nicht nur für den Kollegen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Genau, also die Gratulation nehme ich gerne mit. Der Kollege, der den Preis geholt hat als bester Finanzberater Deutschlands im Rahmen dieses Wettbewerbs, ist unser Herr Abel. Wir haben vier Kollegen in dieses Wettrennen schicken dürfen. Das war die Obergrenze. Und letztendlich haben bundesweit über 300 oder rund 300 Finanzberater teilgenommen von Banken, Sparkassen, Volksbanken. Da war also das Who is Who der deutschen Finanzszene dabei. Und diese Deckelung von vier ist natürlich dann irgendwo so ein bisschen chancenausgleichend, weil wenn die Deutsche Bank dann mit 400 Teilnehmern kommt, dann haben Vermögensverwalter, die üblicherweise ja kleinere Einheiten sind, so wie wir, wenig Chancen. Also jedes Unternehmen durfte dann bis zu vier Personen ins Rennen schicken. Und das Tolle bei uns ist gar nicht dieser Einzelsieg, der macht uns natürlich auch ein bisschen stolz, insbesondere auch den Kollegen, aber uns als Team, sondern dass alle vier von uns ins Rennen geschickten Berater seit Jahren Top-Ergebnisse erzielen. Und in diesem Jahr sogar allesamt unter den Top 25 waren in Deutschland. Also ich glaube, das Niveau der Beratung bei uns im Haus, wenn man da diese unabhängigen Stimmen nimmt, das scheint dann doch vertretbar gut zu sein, um das so zu sagen. Und ich glaube, das ist dann auch die Lösung für den Anleger, der sich diese Frage nach dem Standort Deutschland, vielleicht auch nach Investitionsmöglichkeiten stellt. Es gibt halt Möglichkeiten, man muss sich nur damit beschäftigen, man braucht die richtigen Berater an der Stelle. Und dann braucht man sich vielleicht auch nicht über die ein oder andere Schlagzeile zu ärgern, wie schlecht es dem Standort geht, sondern investiert sein Geld eben dort global, wo es besser läuft. Dann weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg, immer ein gutes Händchen für die Kollegen und natürlich auch für Sie selbst, Herr Wichmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Vielen Dank.